Woll! So ist das genau, du Fotze, Junge! Kennst du hier deinen Fortalspieler, Junge? Ja, die sind eben drauf, Junge! Verpiss dir! Da kommt der Letzte! Du nutzt er, Alter! Komm, hier ist noch irgendwo einer! Es gibt alle nur einer! Du brauchst keine Waffe, du brauchst noch ein Schwert! Da ist er, oben! Komm! Ui! Da snipen willst du? Warte mal ab, Junge! Ah, der dauert nicht hier, Alter! Hält dir der Lobby rasiert mit einem Schwert, Alter! So muss denn! Ne, leider nicht, Lobby nicht! Also doch, kann schon sein! Da war ja schon ganz in der Mitte gewesen! Ja, Feuer! Hast du gedacht, du kannst grad schleißen, oder was? Alter! Wenn man pumpt, wenn man pumpt, dann sollte man schon treffen, du Wichser! Oh mein Gott, was zieh' ich hier, Alter! Ne, ne, das war gut! Also, Fortnite ist da, Alter! Ich, äh, Dings hier, Fallout ist da, ne? Also! Wenn du ein Zielkreuz hast, Alter, dann einfach drauf doch! Oh, das wird jetzt nicht fertig kommen, von weitem in der Fresse, Alter! Und dann kommt der Anirush mit einem Schwert! Der denkt nur, Alter, hinterm Haus, Alter! Ich brech' mich wieder grün voll, Alter! Da kommt schon die Kelle, Alter! Ach so, mit einem Schwert kommst du durch die Häuser durch, Alter! Baust richtig schnell ab mit dem Ding, ne? Du kannst ja mal ausprobieren! Mensch, Blue-Life brauchst du nicht! Hast du gesehen gehabt? Du warst wie ein Blitz, Alter! Das ist ja gar nicht schwer, Alter! Das ist doch alles nicht wahr, was ich... Sorry, das ist doch nicht wahr, was ich gerade gerade gesehen habe, Alter! So ein Sechs-Tegs mit einem Schwert, Alter! Ja! Yo, das Ding nimmst du mal mit, das Movement, anstatt die MP! MP, wo hast du denn? Nonsens! Oh, ein Schlüssel hast du gefunden, hast du wirklich? Genau, klauen ihn die Munition, dass du nachher nicht mehr schießen können, alle! Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt los, Alter! Kannst du dir noch einen Bot engagieren, Alter! Jetzt geht der ab, Alter! Den kannst du verkaufen, eben! Ja, den kannst du kaufen, den kannst du mitnehmen! Der rennt dann auf deine Seite und schießt für dich! Rekrutieren oder so heißt die Scheiße! Boah, siehst du, die heilt du ja, Alter! Ja, die kommt mit jetzt! Die kannst du jetzt so offen markieren, kannst du dir Befehle geben! Die soll da oder da hinrennen, aber... Unnötig! Du hast ein Schwert! Ja, das macht die denn nochmal! Ja, ja! Doppel! Genau, da hast du keinen Fallstarten, wenn du einen Doppel-Sprung hast! Dabei kannst du dich nicht so bewegen! Okay! Naja, bloß noch 16 Teams, Alter! Das schaffst du! Mit 7 Schwert allemal, Alter! Oh mein Gott, Junge! Genau, immer schön die Strot-Munition klauen, Alter! Und damit sind die immer goated, Alter! Die kommt mit der Spinner! Alter, einfach mal durchgehackt da durch den Brett! Ne, nach oben hacken kann er nicht! Das ist dumm! Aber ich glaube, wenn nach oben schlagen gehen würde, dann würde man auch abheben mit dem Schwert! Und ich glaube, dann würde schon wieder irgendwas passieren, was alles nicht geübt wäre und nicht jedem gefallen würde! Das ist die beste Posi ja da oben im Spiel gerade! Mensch, so löftet! Alter! Ja, das ist halt! Da muss noch weiter rum! Muss noch weiter rum! Da vorne! Das ist ein riesen Berg! Na warten, Mensch! Zone ist auf deiner Seite! Warte! Lüft noch eine Minute, das Ding! Ich kann doch noch ein bisschen kocken! Ah, so! So, geh mal ein kurzes Stück weiter runter, dass du nicht runterfallen kannst. Ja, so, nur mal entsperrt. Visier an. Das ist blocken, wenn du jetzt springst, hast du aus, weil ich springe. Alter, pass auf, Digga, Alter, nicht so weit am Rand, bitte, bitte, bitte nicht, Alter. Nicht den Sieg verschenken. Oh, Alter, sein Elm, Alter, Gott des Todes, Alter. Da, jeden Leih, 100 Prozent, dir wäre ich hier ruf auf die Insel. Ah, du kannst dir schon einen neuen Weg in eine Zone suchen, aber... Versuch dir auch mal da was. Ja, hier kommt eine Insel. Ja, du musst ja eh in eine Zone, von daher hat es gut. Da, geh da hin, da ist auch wie ein Berg. Mann, wenn der jetzt auf dir fließt, Alter, dann hast du so schnell das Schwert in der Hand rum und machst dem Messer, Alter, der wisst ja nicht, was Sache ist. Das wäre toll, wenn du das endlich mal einführen würdest, dass du diese Scheiß-Karte nicht mehr brauchst. Das wäre so Game-Changer. Vor allem, die ballert ja auch auf alles, was rumlöst gleich. Die ist ja richtig krank, ruf die alte. Ja, wenn du ein Berg hast, kannst du irgendwie rutschen. Wenn du rutschst, kannst du dich beim Rutschen noch umdrehen und immer springen und weiter rutschen rückwärts. Na ja. Hehehehe. Alter, Schmutz brauchst du nicht. Ich erinnere mich dran, das hast du weggebrettert. So, Zone, so wieder auf deine Seite, Alter, so wie sie sehen. Brauchst bloß hier unten drin laufen. Nee, brauchst du nicht. Nee, brauchst du auch nicht. Also, das ist das- Das ist das- Ganz langsam runter. Zuhören geht gleich los. Alter, unwissentlich, ohne falsche Hand, tack, 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 alter. Huuu. 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 Hast du gesehen? Rechts da drüben ist Heus in der Kasse Rinder, Alter, so gesehen auf der Insel. Ne, ne, das andere auf der Insel, hinter dir, da. Naja, meinig doch, Rinder. Prattarofte auf die Wichser, Alter, die sollen mal herkommen, Alter. Der eine bleibt zurück, links, rechts, Alter. Oha, Alter! Hast du mal Bus-Ehen-Schuss? Wer klaut denn da Kills da hinten, welcher Hund, Alter? Alter! Oh mein Gott, oh mein Gott. Alter! Uuuu. 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 Alter! Wie kann man so Lack haben da hinten, Alter? Uuuull ... Uuuull-A-Wa ... Is ihr Sally?! Uuuull-A да ... Also sie pusht ihn, sieh ich das richtig? Zune kommt weiter 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 Zune kommt hinter dir Wechselschwert Schade alter schade alter aber dritte Er hatte die Jinx Er hatte die Jinx Ne ne war gut die haben ja alle jetzt in da oben gekämpft Das war ja jetzt der Endgame Guck mal das war ja jetzt der letzte Safe Call dicker alter Er hat sie gekämpft